Sportveranstaltungen erfordern eine umfassende und professionelle Planung und Organisation. Dazu gehören der logische Aufbau wie Bühne, Ton- und Lichttechnik sowie die Verpflegung. Nicht zu unterschätzen ist die Gewährleistung der Sicherheit von Sportlern und Publikum sowie die Koordination von Rettung und Polizei. Wenn nicht wiederholbare Momente wie zum Beispiel das Tatschuss gut koordiniert und vorbereitet sind, steht einem gelungenen Event nichts mehr im Weg. Diesen Ratgeber widmen Ihnen die Freizeit- und Sportbetriebe in der WKO Oberösterreich.